Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Phobia. Ja, wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben in der Garage und ja, ich musste sehr viel nachspielen, denn das letzte Speichelpunkt war immer, ist immer noch im Keller, wo wir das Licht angeschaltet haben in der ersten Folge und ja, ich kenne zufällig das Passwort schon und zwar, ups, ähm, so, aber es ist nicht so schlimm, denn jetzt kommen wir wenigstens voran, weil ich, ich wette, ich wäre hier richtig stecken geblieben. Ah, ra, hm, no, paranoid. So, und da haben wir eine Crowbar. Sehr schön, damit können wir die eine Tür, ähm, ja, aufmachen, wo wir irgendetwas brauchten, da wo es so hell war. Äh, there was no fuel in the garage. I don't know what to do now. It's starting to get cold. I should light up the fireplace again. Okay, wir sollen nochmal den Feuerplatz anmachen, weil ich hab immer noch so Angst vor Jumpscares, weil dieses Spiel macht mich echt ziemlich fertig. Und ich weiß nicht, wieso, denn es ist nicht sehr viel passiert. I need to find more firewood in order to light up the fireplace again. Wieso ist es so leise geworden? Das gefällt mir gar nicht. Ich duck mich hier hinten, bis die Musik wieder anfängt. Weil ohne Witz, ich hasse es, wenn, wenn es in diesem Spiel so leise ist. Das gefällt mir gar nicht. Kann ich unter den Tisch? Nö. Okay. Ohne Witz, ähm, ja, ein Tipp an die Entwickler, die hätten die Musik weglassen sollen. Weil ohne die Musik, das ist dann noch eine Nummer krasse, das Spiel. Hey, wir brauchen Feuerholz. Wo kriegen wir Feuerholz her? Keine Ahnung. Wir machen erstmal die Tür auf. Die eine, wenn ich wüsste, wo das war. Ich glaube, es war hier irgendwo. Nein, es war... Wo war die Tür nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich schau mal da. Ich muss mal meinen Augenbrauen kratzen, denn das juckt sehr. Okay, jetzt ist es schön hell. Ne, mach auf, mach auf. Oh. Okay, es ist kaputt gegangen, die Krober. Oh, weia. Oh, weia. Ah, Feuerholz. Sehr schön. Was für ein Zufall. Eine Note. Report Hashtag 96. Juni 12. Äh, 1. Äh, 1. Okay, ich, äh, okay. The mixture seems to have rather strange side effects. The test subject has started to forgot things. It's not just amnesia either. She's forgotten everything. Yeah, das Subjekt, also der Testperson vergisst sehr viele Dinge, fängt an Dinge zu vergessen. Okay, sie hat vergessen, wer sie ist, wo sie ist, was sie ist, warum sie ist. The mixture seems to destroy brain cells. Äh, das zerstört Gehirnzellen. Some of the side effects are also extreme aggression and mutation. Ja, es mutiert sie und macht sie aggressiv, oder ihn. Können wir die Leiter mitnehmen, nö. Okay, wahrscheinlich begegnen wir so einen Mutanten. Was mir gar nicht gefällt. Auf jeden Fall haben wir jetzt Feuerholz. Galmatik. Aber nachdem ich sowas gelesen habe, ich wäre sofort weggerannt. Aus dem Haus raus, mir wäre der Schneesturm scheißegal. Hauptsache, ich bin hier nicht mehr. Oh Mann. Habst du Angst? Denken wir irgendwas Neues? Nein. Okay, wo war das Kamin? Ah, hier war der Kamin. Oh, okay. Äh, while it's still warm, I should try and get some sleep and think about my next move tomorrow. Okay, wie soll ich versuchen zu schlafen? Und wie soll die Musik aufgehört? Äh, wo lang nochmal? Ich hab's, äh, okay. So, hier lang, ja. Genau. Mein Augenbrauen hat wieder gejuckt. Oh Mann, wir werden wieder in der Nacht sowas von wach. Mann, ich will nie. Ich will, dass es Tag bleibt. Puh, okay. Boah. Ich hab mich schon wieder vom Knarzen vom Boden erschrocken. So, und auch, okay. Weil tagsüber scheint es nicht so viel zu passieren. Also, ich will nicht mehr. Das macht mich so fertig. Mensch, ich will nie. Wieso tut mir das Spiel so was an? Puh, das Spiel ist echt krass, als ich mir vorgestellt hab. Puh, oh Mann. Ich mein, das Spiel macht mich schon fertig, obwohl noch kein einziger Jumpscare oder irgendwas kam. Und gerade das macht einen Angst, wenn fast, wenn voll lange nichts kommt. Oh Mann. Los, komm schon, Geräusch. Ich weiß, dass du da bist, Geräusch. Komm, komm, Geräusch. Brokkoli ist fertig. Was? Genau. Nein, danke. Ich mach dir nicht auf. Mann, hör auf. Ich schlafe. Schlaf weiter. Äh, keine Gedanken. Nein. Äh. Was willst du? Bitte hör auf. Ich geh da nicht hin. Was will? Was? Du verlangst das Spiel, dass ich da hingehe. Geh schlafen. Das wird ja richtig abgefuckt hier. Boah, Gott. Ja, so, jetzt kann ich, kann ich nicht einfach weiter schlafen. Wieso denkst du nichts? Denk doch irgendwas. Ich will lieber deinen Gedanken lesen. Es wird gleich sowas von ein Jumpscare kommen. Oh, danke für deinen Gedanken. Das, das, das goddamn noise again. Ja, das verdammte Geräusch schon wieder. Aber dieses Mal werden wir bestimmt herausfinden, was es ist. So ein Gefühl habe ich. Jetzt wird auf jeden Fall gleich ein Jumps gekommen, oder? Alter. Ist es ein Bug, oder? Wieso knarzt es? Okay, ich glaube, es ist ein Bug, weil jetzt hat es aufgehört. Ja, hier ist immer noch der Bug. Hier hört man nichts. Alter, das macht mich so fertig. Ich renne einfach. Was war hier? Oh, das Ballzimmer. Hier hört man auch nichts. Alter, das macht mich so fertig, das Spiel, ne? Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Alter, Mann. Wenn ich jetzt noch in den Keller gehen muss, dann kriege ich ein Kind. Okay. Das wird lauter. Alter, ich habe gerade so viel Angst. Wir gehen in die Garage. Hier ist auch... Ah nein, hier hört man uns. Aber hier ist es leiser. Ich renne! Hier wird es auch wieder leiser. Was? Don't want to bite. Die Tür hatte doch funktioniert. Äh. Well, okay. Gut. Hier ist die Küche. In der Küche hört man es auch nicht. Was ist das? Wieso funktioniert die Tür nicht mehr? Natürlich wird es lauter. Natürlich. Kleine Pause. Verdammt. Die muss... Das geht trotzdem weiter. Kann sein. Puh. Sag mal, wildes Spiel, mich verarschen. Okay, ich gehe einfach runter. Scheiß drauf. YOLO. Hm. Äh. Ich kann mich nicht bewegen. Hm. Was? Hm. Was? Was? What the fuck? Okay, die Folge passiert ziemlich viel. Und es wird sehr krass. Alter. Alter, Finne. Okay. Geil. Das ist toll. Mir gefällt das Spiel. Aber ich finde den Horror... Ja, den Horror von diesem Spiel ist schon sehr cool. Und die Atmosphäre, das ist einfach nur krass. Der Horror und der... Das ist ein sehr gutes Horrorspiel, finde ich. Da hat man richtig Angst. Alter, ich bin voll nervös und habe Angst. Ich will nicht mehr. Das macht mir f... Man, wie Freddy. 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 Hoffentlich muss ich es nachher nicht nochmal vom... Ab den Keller nachspielen, wenn ich die Folge beende. Weil es wäre nicht so gut. Ich dachte, nach jedem Ladebildschirm wird es speichern. Aber offenbar doch nicht. Hm. Jetzt werden wir müssen gleich vom Viech wegrennen. Hä? Das war nur... Das war nur ein Traum? Well, okay. Das war nur ein... What a horrible nightmare. It felt so real. Ja, was für ein grausamer Albtraum. Es fühlt sich so real an. Hat sich die Musik verändert? Irgendwie. Wieso hat sich die Musik so creepy verändert? Ja, aber ich würde sagen, ich beende hier erst einmal die Folge von Phobia 1.5. Ja, ich hoffe, es hat gespeichert. Weil ich habe keinen Bock, wieder vom Keller aus, wo wir das Licht angemacht haben, nochmal nachzuspielen. Aber ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn euch das gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Beweichung freuen. Über einen Kommentar und natürlich ein Abo. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.